Geht mal ein bisschen leiser und geduckt. Na, schlägt mich doch. Ups, eine Kugel verschwendet. Ha, Angriff. Nein, ich hab den gekillt. Ich glaube, ich hab ihn gekillt. Oh, ist ja am Zappeln. Baby! Hier sind uns auch immer ein Vieh. Treffer. Oh, der hat ein Katana. Warum schießt er denn auf mich? Ich hätte den erst im Leben gelassen. Die X-P's holen wir uns auch. Gab gar keinen...